Sie können die Zeit nicht anhalten, aber Sie können sie festhalten. Ob Feiern mit Freunden, Traumurlaub mit der Familie oder Ihr ganz persönlicher Jahresrückblick. In einem Happy-Fotobuch bleiben Ihre schönsten Momente lange lebendig. So können Sie sie auch nach Jahren immer wieder neu erleben. Ganz ohne Datenverluste oder Kompatibilitätsprobleme, wie Sie bei digitaler Bilddatenspeicherung schon oftmals vorgekommen sind. Bevor wir Ihr Happy-Fotobuch aber für Sie produzieren, müssen Sie es natürlich zuerst gestalten und bestellen. Und das geht in der Happy-Foto-Design- und Bestellwelt ganz schnell und einfach. Immer und überall. Mit Windows oder Mac. Mit Rechner, Tablet oder Smartphone. Online, offline oder mobil. Fertig? Super! Jetzt übernehmen wir! Ihr Happy-Fotobuch wird in unserem modernen Familienbetrieb mit über 40 Jahren Erfahrung im oberösterreichischen Freistaat produziert. Unsere acht RICO-Maschinen drucken den Buchkern, also die Innenseiten und das Cover. Vollautomatisch und in maximaler Detailschärfe. Wir verwenden dazu hochwertiges Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Bei der Seitenaufteilung sind bei Happy-Foto statt der branchenüblichen Vierer- oder Achter-Schritte sogar Zweier-Schritte möglich. Übrigens ist Happy-Foto auch ein echter Öko-Pionier. So wurden wir bereits 1996 als erstes Fotogroßlabor der Welt mit dem EN ISO 14001 Umweltzertifikat ausgezeichnet. Die fertig gedruckten A3-Bögen des Buchkerns werden im Schnellschneider beschnitten und vereinzelt, sprich in A4-Seiten aufgeteilt. Alle dabei anfallenden Papierreste werden abgesaugt, zu Ballen gepresst und vollständig recycelt. Währenddessen arbeiten wir weiter am Cover ihres Happy-Fotobuchs. Durch eine spezielle Folierung bekommt der Bucheinband seinen besonderen Glanz, wird abwischbar und ist dadurch perfekt geschützt. Anschließend wird das Cover in unserer Buchdeckenmaschine, die branchenweit Standard setzt, auf eine stabile, vorgeschnittene Pappe kaschiert, wie der Fachmann sagt. Die Dicke des Einbands hängt vom Umfang ihres Happy-Fotobuchs ab, der zwischen 24 und 240 Seiten liegen kann. Zurück zum Buchkern, dem Inhalt ihres Happy-Fotobuchs. Sobald alle Blätter Ihres Buches in der richtigen Reihenfolge sortiert sind, folgt die Klebebindung. Die einzelnen Seiten werden zuerst angefräst und verleimt. Dabei setzen wir konsequent auf gesundheitlich unbedenklichen Leim. Cover und Buchkern haben gleich zu Beginn jeweils einen unverwechselbaren Barcode erhalten, damit sie einander immer eindeutig zugeordnet werden können. Jetzt kommt eine weitere Maschineninnovation zum Einsatz. Die Fotobuchstraße Müller-Martini-Diamant. Auch sie gehört zu den modernsten Anlagen ihrer Art weltweit. Der sogenannte Drei-Seitenschneider sorgt für einen präzisen Beschnitt der Buchkernseiten in einem einzigen Arbeitsgang. Noch einmal wird der Barcode gescannt, um sicherzustellen, dass Einband und Inhalt wirklich zusammengehören. Dann werden Cover und Buchkern verheiratet. So nennt man das Zusammenführen der beiden Elemente im letzten Verarbeitungsschritt. An Spitzentagen produzieren wir bis zu 17.000 Happy-Fotobücher in unterschiedlichen Seitenstärken. Die meisten davon als Einzelexemplare. Diese beeindruckende Kapazität ist nur möglich durch eine neuartig, von Happy-Foto und Müller-Martini gemeinsam entwickelte IT-Anbindung und durch die Kombination und Vernetzung der Premium-Maschinen zur weltweit fortschrittlichsten Fotobuch-Produktionsstraße. Erfolgten Produktion und Verarbeitung bis zu diesem Schritt vollautomatisch ist der Mensch vor allem bei der Endkontrolle nicht zu ersetzen. Hier überprüfen unsere erfahrenen Spezialisten noch einmal mit geschultem Blick, ob Ihr Happy-Fotobuch so gut gelungen ist, wie Sie es von uns erwarten. Ihr Happy-Fotobuch ist jetzt fertig für den Versand an Sie. Übrigens zu 100% CO2-neutral. Rechnung und Versandetikett werden automatisch erstellt. Haben Sie mehrere Happy-Fotoprodukte bei uns bestellt, fassen wir diese in einer Verrechnungsbox zusammen, um die Versandkosten für Sie möglichst klein zu halten. Als der erste Anbieter für Fotobücher in Österreich und Marktführer für personalisierte Fotoprodukte per Postversand in Österreich, Tschechien und der Slowakei, wissen wir aus unserer Erfahrung, wie wichtig Ihnen ein perfektes Druckergebnis und eine erstklassige Verarbeitung sind. Darum investieren wir als leistungsfähiges und schuldenfreies Familienunternehmen laufend in immer bessere, zukunftsorientierte Technologien und Verfahren. Damit Ihre schönsten Erinnerungen den Zauber behalten und Sie sich möglichst lange darüber freuen können. Jedes Mal, wenn Sie Ihr persönliches Happy-Fotobuch in den Händen halten. Happy-Foto. Österreichs beliebtestes Fotobuch.